In diesem Video gibt es mir die Elektronenbeugungsröhre und Themen sind hier einmal die Wellenlänge der Elektronen. Wir haben im Grundlagen wieder besprochen, dass jetzt die Elektronen Eigenschaften einer Welle mit einer gewissen Wellenlänge haben. Und jetzt wollen wir anhand der Messegegebnisse beim Versuch mal hier konkret die Wellenlänge berechnen und das dann auch noch anschließend mit der Theorie und zwar der Debrugli-Wellenlänge vergleichen. Das ist jetzt so das Hauptthema und dann am Ende wollen wir noch kurz den Einfluss der Beschleunungsspannung auf die Radien der Interferenzringe besprechen. Und jetzt wichtig, bevor ihr dies Video guckt, solltet ihr erstmal wissen, was jetzt so die Grundprinzipien bei der Elektronenbeugungsröhre sind. Mehr dazu halt im Grundlagenvideo und ihr solltet wissen, wie die Parkhelflexung funktioniert. Das ist auch das Thema hier, deswegen beide Videos füge ich auch in die Beschreibung. Jetzt seht ihr hier nochmal den Versuchsaufbau abgebildet und wir haben hier eben die zwei Leuchtringe am Schirm, die wir uns halt so erklären können, dass eben die Elektronen jetzt Eigenschaften einer Welle haben und dann jetzt eben Parkhelflexionen durchführen. Das war ja in die Grundlagen. Und dann wollen wir eben jetzt hier anhand der Messung die Wellenlänge der Elektronen irgendwie bestimmen und dazu seht ihr mal hier noch einen Ausschnitt der Beugungsruhe hier dargestellt und wichtig ist hier einmal der Radius. Ihr seht auch nochmal das andere Interferenzbild, da seht ihr eben die vertikale Strecke, das ist der Radius, den können wir messen. Dann ist hier wichtig die Länge in dem eingeschossen Dreieck, das ist einfach die Länge bei der Beugungsruhe, die ist jetzt abhängig von unserer Beugungsruhe, die wir haben, können wir auch dann einfach messen. Und dann ist jetzt noch der Winkel, hier speziell zwei Theta entscheidend. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum zwei Theta? Kurz mal erklärt, das ist ja das Prinzip der Brackhelflexion. Und zwar, Brackhelflexion, habe ich auch kurz im Theorie-Video erklärt, ist ja so, jetzt nur ganz kurz, dass wir hier einfallende Wellen haben und dann die erste Welle, die reflektiert an der obersten Ebene des Kristalls, die zweite hier an der zweiten Ebene. Das heißt, wir haben jetzt hier reflektierte Wellen und dann gilt hier eben Einfallswinkel Theta gleich Ausfallswinkel Theta. Aber hier ist ja so, bei unserem Versuch, dass die Elektronen nicht mit diesem Winkel auftreffen, sondern so auftreffen. Deswegen seht ihr auch dann hier im Bild dargestellt. Das heißt, dann haben wir bei diesem Winkel Einfallswinkel Theta, haben wir auch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, aber der Winkel, den wir jetzt hier zur Waagerechner haben, der ist einfach zwei Theta. Das ist erstens schon wichtig, das heißt, wir können damit schon mal die Formel aufstellen, Tangens von zwei Theta ist dann gleich, einfach Kinkatheter durch Ankatheter, also dann R durch L. Und dann brauchen wir jetzt noch die allgemeine Brack-Gleichung. Und die habe ich jetzt halt im Theorie-Video zur Brackhelflexion hergeleitet. Die lautet jetzt 2 mal D mal Sinus Theta ist gleich und dann N mal Ander. Jetzt nur ganz kurz gesagt, 2D mal Sinus Theta ist eben der Gangunterschied bei der Brackhelflexion. Und wenn der Gangunterschied eben hier der beiden einfallenden Wellen, wenn der Gangunterschied dazwischen eben N mal Ander ein Vielfaches der Wellen ist, dann haben wir eben die konstruktive Interferenz, die eben zum Interferenzring führt. Und diese beiden Formeln, die können wir jetzt eben kombinieren. Und dann können wir eben noch sagen, hier N ist bei uns 1, weil der Interferenzring, den wir jetzt betrachten, der entsteht durch Maxima erster Ordnung bei der konstruktiven Interferenz. Deswegen hier genau eine Wellenlänge, Gangunterschied. Und dann können wir jetzt hier nach Theta umstehen. Also wir stellen jetzt diese Formel erstmal nach Theta um, bilden also den Akustangens, dementsprechend ist Akustangens oder Tangens minus 1 von R durch L gleich und dann erstmal 2 Theta. Dann, wir brauchen jetzt nur Theta, um das hier einsetzen. Also können wir dann sagen, dass jetzt Theta gleich 1 halb mal Akustangens von R durch L ist. Und das können wir dann jetzt hier in die Formel einsetzen. Das heißt, jetzt eingesetzt erhalten wir dann eben einmal Lambda. Also ich schreibe dann hin, Lambda auf der linken Seite. Lambda ist dann gleich 2 mal D mal, oder dann Sinus von, und jetzt setze ich einfach das Ganze hier ein. Also dann direkt 1 halb mal Tangens hoch minus 1 von R durch L. Das wäre jetzt unsere Formel. Ich kann es mal einrahmen. Mit der wir jetzt eben bei unserem Versuch die Wellenlänge der Elektronen bestimmen können. Und wir gucken uns mal die einzelnen Größe an. Jetzt D ist jetzt der Netzebenenabstand bei der Brack-Krektion. Jetzt haben wir hier beim Graphit einen Netzebenenabstand von 123 Picometer. Dazu seht ihr auch nochmal hier den Graphit-Kristall abgebildet. Und ihr seht, Graphit hat hier zwei Netzebenen. Deswegen haben wir an den Netzebenen D1 und D2 eben diese Brack-Reflexion. Hier können wir also einsetzen den Wert. Dann R durch L. R ist ja der Radius. Den können wir am Schimmer messen. Und L, haben wir getrunken, ist die Länge der Elektronenbeugungsruhe. Das heißt, wir haben überall die zugerogen Werte. Bei uns haben wir jetzt einen Radius gemessen von 2,1 cm. Und die Länge unserer Beugungsruhe soll einfach mal hier 13,5 cm sein. Dann können wir einsetzen, wie hier noch, hier 123 Picometer müssen wir einsetzen, 123 mal 10-12 Meter. Und wenn wir das einsetzen, dann kommt da jetzt eine Wellenlänge raus von Lambda gleich 18,96 Picometer. Und wir haben jetzt hier die Wellenlänge über den ersten Interferenzring berechnet. Wir hätten natürlich auch noch den zweiten äußeren Interferenzring nehmen können. Dann hätten wir einfach hier statt die 1, die 2, den zweiten Netzebenenabstand verwendet. Der ist beim Graphit 2,13 Picometer. Da gibt es ja auch Brack-Reflexion. Und dann würden wir eben hier nur den Radius des äußeren Rings nehmen. Den können wir auch messen. Dann kommen auf jeden Fall auch hier wieder logisch die gleiche Wellenlänge raus. Aber wir haben es einfach jetzt hier mit dem ersten Ring gemacht. Das wäre jetzt die Wellenlänge der Elektronen, jetzt basierend auf unserem experimentellen Versuch. Und was wir jetzt machen wollen ist, dass wir mal diese Wellenlänge mit der Theorie, und zwar der Deprogli-Wellenlänge, vergleichen wollen. Und nach Deprogli gilt jetzt die Formel, kann ich mal hinschreiben, Lambda ist gleich h durch m mal v. Und das wollen wir jetzt mal prüfen, weil das will man offener Verzüge machen. Einfach mal Ergebnisse aus der Praxis mit der Theorie vergleichen. Lambda gleich h mal v ist die Deprogli-Wellenlänge. Jetzt h, Planck-Schwierigungsquantum, ist eine Konstante. m, die Masse der Elektronen, c ist auf der Rechenseite gegeben. Jetzt brauchen wir erstmal noch die Geschwindigkeit v, um dann das Lambda zu berechnen. Jetzt die Frage, welche Geschwindigkeit haben jetzt unsere Elektronen? Und das können wir jetzt berechnen, und zwar können wir jetzt die Gleichung aufstellen. Elektrische Energie, e mal u, das ist die elektrische Energie, die Elektronen, ist gleich 1,5 mal e mal v Quadrat. Und diese Formel, die kommt auch ganz oft vor, beim Fadenschallräume, Fotoeffekt und so, oder in der Beugungsröhre. Und dann müssen wir das nach v umstellen. Jetzt mal ganz schnell gemacht, wir sehen mal 2 durch m, dann die Wurzel gezogen. Deswegen erhalten wir dann jetzt hier v gleich und dann Wurzel aus 2 mal e mal u durch m. Auch oft eine Klausuraufgabe, genau diese auch herzuhalten. Das wäre auf jeden Fall dann die Geschwindigkeit der Elektronen bei uns. Und dann haben wir jetzt hier bei uns im Versuch eine Spannung von 4,1 kV, also 4100 Volt. Ich sehe alle Angaben auf der reichen Seite. Und wenn wir das dann hier einsetzen, dann erhalten wir eine Geschwindigkeit von 3,8 mal 10,07 Meter pro Sekunde. Und die Geschwindigkeit, die können wir dann jetzt in diese Formel einsetzen. Und dann erhalten wir hier eine Wellenlänge von 19,16 Pikometer. Also mal 10,11 Meter. Und jetzt vergleichen wir mal diesen Wert und diesen Wert. Und wir sehen, die Werte sind sehr, sehr ähnlich. Wir haben kleine Abweichungen. Das ist typisch, dass man noch gewisse Abweichungen hat. Und die Abweichung könnte man auch noch berechnen. Die wäre jetzt eben hier 19,16 Pikometer minus 18,96 Pikometer durch 19,16 Pikometer. Und da kommt jetzt eine Abweichung raus von 1,04 Prozent. Also ihr seht, ganz keine Abweichung. Aber das Interessante ist eben jetzt, dass wir die Ergebnisse im Versuch jetzt genau wie der Theorie nach der Republik bestätigen können. Und jetzt noch eine kurze Sache. Zum Schluss, also die Frage, was ist, wenn wir die Beschleunigungsspannung höher einstellen? Dann können wir es hier an der mathematischen Formel nachvollziehen. Eine höhere Beschleunigungsspannung führt dazu, dass jetzt die Geschwindigkeit der Elektronen größer wird. Dann, größere Geschwindigkeit, hier eingesetzt, führt zu einer kleineren Wellenlänge. Und eine kleinere Wellenlänge, sehen wir an dieser Gleichung, bedeutet auch, dass wir ein kleiner Radius haben. Das heißt, je höher die Beschleunigungsspannung, desto kleiner sind denn die Radien der Interferenzringe auf dem Watcher. Das ist noch eine Sache dazu. Und dann, wie gesagt, Videos zu Brackleflexion und Theorie-Video, was die Basis ist, das verlinke ich noch hier. Und das war es dann, da haben wir jetzt dieses Video.